Sooo. Ich habe mich nicht ausgegeben. Ich glaube es auch zu wenig. Ich glaube es auch. Da muss ich mich hin anbauen. Wir brauchen Rucksäcker. Oh, da hinten lieb einer. Genau. Der sah ziemlich dick aus. So. 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 Was ist denn hier her? 48 Kilo, Alter. Komm doch hier keine 2 Meter weit. Scheiße. Irgendwas wird hier so nichts. Das Tactical Rig hätte ich halt doch gern mit rausgeschleift. Plusverleber. Versteht sich von selbst. Headsettausch. Ja, das ist eine gute Idee. Wunderbar. 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 Killer, Matze, ja, wow, etwas Glück dabei. Ich brauche Medizin. Oh, geil. Was hau ich raus? PS? Nee, Quatsch. Na los! Was? Gibt es ja nicht mal Heilung, sagen wir mal. Wir sind doch immer von Käm, hier muss ich zwar Medizin nehmen ohne Ende. Oh, geil. So. Und das mit der Packer vor allen Dingen, Alter. Hätten die mich einmal richtig getroffen, hätte ich die Engleinen singen hören, gehört. Alter, was ist denn hier alles kaputt? Wir haben nicht scheinbar getroffen, aber nicht tödlich. Aber die haben mich gut runtergeschossen, wir haben jetzt hier ordentlich Heilung verbraucht. Ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Auch Medizin. Und hier vorne stand auch Gas, auch eine Tasche. Wieder zwei, Alter. War das jetzt taktisch gute Position. Und hier oben. Ich erinnere mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.